Jo yeah und willkommen zur nächsten PvP-Runde. Ich hoffe, dass es heute nicht laggt. Zumindest, naja, Grafikkart ist noch nicht da. Ich wollte jetzt aber mal unbedingt wieder in PvP aufladen und, naja, mal sehen. Ist eine Viererrunde mit ein paar Leuten hier. Jo. Okay, jo. Den greifen wir an. Meine Rüstung ist zurzeit nicht sehr gut. Ich bin gerade dabei auszustatten. Bald kommt der Teil hier. So, wir haben uns zu dem Tank entschieden. Der... Ja, ja, das Ding hier. Der ist zumindest zu zweit. Der hat hier so viel Damage raus, Mann. Alter. Das war ja heftig. Diese Runde geht an die V-Lürmer. Ja, immerhin über den 3K. Alle über 3K. Okay, ja. Ganz okay. Runde würde ich sagen. Ja, wir haben uns für den entschieden. Der hat nämlich relativ wenig. Live 115.000 für den Tank. Das ist nicht gut. Ich weiß, ich habe selber 114.000. Ich bin auch gerade dabei, ähm, alles zu machen. Teilweise 208, 230er, aber muss 236er her. Mindestens. Ihr habt eure Teamkollegen letzte Runde enttäuscht? Dann macht es wieder gut! Neue Runde! Ja, 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 ja. Ja, ja. Ah, ja, ja. Ich bin fast. So, ich arbeite. Nein, der ist der Mann. Das ist der Mann, der ist der Mann. Das ist der Mann, der ist der Mann. Oh mein Gott. Der hat wahrscheinlich eine DOS gruppiert, oder? Die Faulwürmer haben die Vorschwunde gedemütig. Was haben wir denn hier? Die Radar dank euch für eure Brutalität. Der Typ haut einfach echt heftig raus. So nach mit deinem Sortiert von oben nach unten. Oh, kommt schon. Naja, ich hab eine. So, da kann ich eigentlich relativ stolz drauf sein. Ah, insgesamt 3K wäre schon besser gewesen. Aber, naja, ist okay. Gute Runde. Das waren insgesamt 6 oder 8 hier zerlegte Komponente. Da steht hier 4. Oh, Kommandorang 105. Wie denn das? Hä? Der war gestern noch 99. 20. Und hat nichts mehr gemacht. Und 2. Hä? Wie geht denn das? Okay, schauen wir mal. Ich hab mich entschieden, alles zu beanspruchen und dann zu verkaufen. So. Ich würd mal sagen, das war easy going. Wir haben mal raus hier. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich an Ackly Game. Ackly Guy. Oh Gott, Trip. Ackly Guy named Judea für krassen Damage. Und an so ne krasse Runde. Und dann würde ich mal sagen, kommentiert und abonniert. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ciao. Ciao.